Das erste Wort hat wie immer der Gast, Jerzy Ehrenberger, Ihr Statement zum Spiel. Der Gast hat uns da im Spiel gehalten und gleich nach dieser Unterzahl haben wir uns wieder absetzen können. Die Schlussphase, das letzte Spiel war das genauso. In der Schlussphase haben wir das nicht so richtig alles unter Kontrolle gehabt. Heute auch ein deutlicher Vorsprung. Aber es ist okay, Tore können sehr schnell fallen. Das war heute auch leider dann zum Schluss der Fall. Aber Gott sei Dank haben wir das überstanden. Und ich glaube auch, dass uns heute die Revanche gerunden ist. Wenn man die zwei Spieler nimmt, also die zwei Spieler in Kassel, dann glaube ich auch, dass wir einen oder anderen Punkt verdient haben. Und das freut mich auch direkt für uns, für unsere Organisation, das Spiel von Kassel mit in den Hand zu tragen. Danke, Jerzy Ehrenberger. Rico, deine Einschätzung zum Spiel? Ja, Dankeschön. Gratulation an der Jury und seiner Mannschaft. Ja, erste vier Minuten, geschenkt zwei Tore. Und dann kriegst du das dritte Tor, auch geschenkt. Und stellst du 3-0. Und kommst du aus im zweiten Drittel, zeigst du einen schönen guten Charakter zurückzuschlagen zum 3-2. Und verlieren wir die Chance, die 3-3 zu schießen. Trotzdem, kannst du aus diesem drittel kommen 3-2, bist du auch schon in eine gute positive Weise. Aber wenn Tor 4 und Tor 5 bei den Turnovers und geschenkt, das verleiten die Gegner ein zu einfachen Tores. Das dritte, kommst du aus und spielst eigentlich vorbei. Aber trotzdem, die Mannschaft versucht alles. Bringst du wieder in Position mit zwei 6 gegen 5 Tores. Das ist selten gemacht, aber es ist zu wenig zu spät. Solange wir weiter mit diesen komplizierten Entscheidungen und diesen Turnovers und Giveaways und die Gegner einladen zu Tores, wird es nicht besser gehen. Wir müssen einfache Entscheidungen, wir müssen routinierter Entscheidungen treffen. Das werden wir schon aufarbeiten in den nächsten Zeiten. Danke, Rico. Gibt es Fragen der Presse- und Medienvertreter? Rico, so kann es nicht weitergehen. Das, was wir heute erlebt haben, haben wir in den letzten Wochen zu oft erlebt. Muss euer Spielstruktur geändert werden, dass ihr nicht so oft auf einem Messer lauft? Die Frage, ob die Spielstruktur geändert werden soll? Eigentlich nicht. Weil die gleiche Struktur ist die gleiche Struktur, das hat alles vor dieser Phase auch die gleiche Struktur. Das ist eine Periode, wo die Jungs suchen komplizierte Entscheidungen. Irgendwie, irgendwo. Die Struktur hat sich nichts geändert von der guten Zeit zu der schlechten Zeit. Das kommt aus der Entscheidung, die wir treffen innerhalb dieser Struktur. In dem Moment suchen wir die komplizierte, schöne Entscheidung statt die Gradlinie. Gibt es weitere Fragen? Rico, die Mannschaft wirkt ja auch sehr verunsichert. Brauchte sie nicht irgendwas, was ihr ein bisschen Sicherheit zurückgibt? Dass sie nicht immer in diese Konter läuft, wie ihr ein Tor nach dem anderen? Die Frage, ob die Mannschaft an Sicherheit verloren hat, ob sie an Sicherheit in irgendeiner Weise hinzuwinden kann. Ja, sicherlich die Mannschaft ist unsicherlich. Wenn man verliert, ist es schwer, dein Selbstbewusst und Selbstvertrauen zu halten. Aber nochmal, die besten Weg aus dieser Situation sind mit der routinierten Einfachentscheidung. Und das im Moment tun wir schwer. Gibt es weitere Fragen? Die Stimmung in der Halle war ja heute auch fast schon gespenstisch. So wenige Zuschauer in so einer Phase und dann ist die Stimmung auch so deutlich wie noch nie seit du hier bist gegen dich gewesen. Wie gehst du mit dieser Situation um? Die Frage zur Stimmung in der Eissporthalle, wie Rico Rossi auch mit den Plakaten, die hochgehalten worden umgeht. Das Plakat habe ich nicht gesehen, weil ich bin am Spiel konzentriert. Natürlich ist die Stimmung schlecht, weil wir verlieren. Aber glaubst du, dass die Stimmung besser in der Kabine ist oder mit den Trainern oder mit den Managers? Das ist eine schwere Situation für alle Fans inklusive. Wir verstehen, dass das nicht unser Anspruch ist. Aber wir verstehen auch, was wir tun gegen diese schlechte Phase zu tun. Wir wissen, was wir haben zu tun. Wir würden wieder auf unsere Arbeit konzentrieren. Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Kommen wir zu den Zwischen- und Endständen aus den anderen Hallen. Die Endstände Frankfurt gegen Heilbronn 6 zu 3. Kaufbeuren gegen Bad Tölz 5 zu 0. Freiburg schlägt Dresden 7 zu 5. Bad Nauheim gewinnt gegen Weißwasser 4 zu 1. Und die weiteren Zwischenstände Riesasee gegen Bittigheim 2 zu 2. Dieser Zwischenstand im dritten Drittel. Und Kremitschau gegen Bayreuth. Dort steht es ebenfalls im dritten Drittel 9 zu 4. Die beiden kommenden Begegnungen bestreiten die Huskies auswärts. Am Sonntag ab 17 Uhr in Dresden und am darauffolgenden Freitag ab 19.30 Uhr in Weißwasser. Das nächste Heimspiel findet hier in der Eissporthalle Kassel am Sonntag den 4. Februar statt. Dann treffen die Kasselhaskies auf die Bayreuth Tigers. Ich bedanke mich für Ihr Kommen und wünsche Ihnen und insbesondere dem Gast einen guten Heimweg.